Gassi! 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 Wuh! Ja, also das ist der Nullim. An der du fahr' den Rundschule Normalerweise kippt ihr und dann geht es rum und sammelt Süßigkeiten ein. Aber weil hier wohl sehr viele Pädophile wohnen, machen jetzt hier alles an der Schule. Das heißt, so ist der Action heute. Und den ganz vielen süßen Kleinkindern, die sich alle verkleidet haben. Da sind die Norweger, auch verkleidet.